Hallo, das ist Nellin Punks. Und das ist Lutz Jäkel. Wir beide reisen schon seit ganz vielen Jahren durch die leuchtenden Länder der Arabischen Halbinsel. Und in unserer Live-Reportage Yalla Yalla Alavia wollen wir euch mitnehmen auf die Arabische Halbinsel. Und wir werden euch Geschichten erzählen, wieso eher nicht in Nachrichten vorkommen. Ja, denn über die 87 Millionen Menschen, die auf der Halbinsel wohnen, tanzen, lachen und lieben, wissen wir im Westen ja viel zu wenig. Und die Region ist ja auch hauptsächlich von negativen Schlagzeilen bestimmt. Aber wir wollen euch auch die andere Seite zeigen und vor allen Dingen auch den Alltag der Menschen porträtieren. Und wir haben ganz viel Herzblut in unsere Live-Reportage reingelegt. Und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns zusammenreist. Yalla Yalla! Yalla Yalla! Yalla Yata! Yalla Yata! Jaaa! Jaaa! Also, vielleicht sehen wir uns bei einem der näheren Auftrittsorte von Grenzgang bei unserer Tournee durch Nordrhein-Westfalen. Bis dahin, ma salama! Ma salama!